Mittwoch, 10 Uhr. Arsch. Guten Tag, mein Name ist ***. Ich rufe im Auftrag der PrimaCore, einer privaten Telefongesellschaft an. Und es geht natürlich um Ihren Telefonanschluss. Bin ich denn in der richtigen Haushalt bei ***? Hallo? 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 Oh, ich bin der Albin. Können wir was sagen? Ja, hallo? Mittwoch, 10 Uhr, 39 Uhr. Wir haben eine SMS-Kurznachricht für Sie. Die Nachricht lautet... Untausch noch heute. Untausch so fort. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Können ich gröne, wir gehen zurück. Hallo, Herr ***. Hallo? Untausch noch heute. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Ich hab keinen Bock mehr auf den ganzen Schraub. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Kaputt. 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 Dienstag, 11 Uhr, 34 Uhr. Ja, schönen guten Tag. Ich hab einen Auftrag der Firma Prima. Sprich ich damit Frau oder Herr ***. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Hallo? 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 Ja, dann ruf ich so oft an, bis mir jemand antwortet. Ganz einfach. Untausch noch heute. 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 Untausch drauf。 Untausch noch heute. Untausch noch heute. Ich hab keinen Bock mehr auf dem ganzen Schraub. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Untausch noch heute. Funktioniert eh nicht. Weg mit dem Scheiß. Hallo? Ja, es ist auch sehr hallo und sehr wieder schön. Samstag, 17 Uhr, 31 Uhr. Hallo? Hallo? Happy Digits haben auch ihre Stolz. 1. 2 3 Kaput! 4 3 4 4 4 4 König kunde dir sein Geld zurück.